Lisa, was möchtest du von mir? Einen Eiswürfel. Möchtest du noch einen Eiswürfel? Ja. Ja, let's see what we have here. Wann kommen wir ins Wasser gehen? Gleich ein bisschen. Ich muss nicht essen. It's a little too big. Zu groß und schmeiß raus. Let's wait a little. Warum soll aber warten? Okay, I'm going to eat it again. Wie heißt das auf Deutsch? Bitte? Möchtest du warten? Ja. Sag mal. Ich möchte warten. Bis der Eiswürfel geschmolzen ist. Geschmolzen ist. Guck mal, wird der schon kleiner? Siehst du schon? Ja. Ich möchte nicht warten, um ins Wasser zu gehen. Peter, komm mal kurz zu mir. Ja. Ja. Wie ist das hier? Das ist die Mama 5. Ist das besser? Ja. Better? Ja. Ja. Ja.